16. Dezember, Tag der Migranten. Beim Thema Migration sind wir Spezialisten in der Diakonie. Aus unserer christlichen Einstellung und im Hinblick auf unsere biblische Geschichte prägen uns viele Erfahrungen. 16. Josef und Maria machen sich auf den Weg in ihre Heimat, um an einer Volkszählung teilzunehmen. Doch nachdem ihr Sohn in ärmlichen Verhältnissen geboren wird, müssen sie sich auf die Flucht begeben, weil Jesus als Konkurrent zum König gesehen wird. Maria und Josef sind später Bürgerkriegsflüchtlinge in Ägypten. Jesus und seine Freunde wandern Jahre später von Galiläa nach Jerusalem. Jünger verlassen ihre Heimat. Jesus sucht Gespräche mit Ausländern, zum Beispiel den Römern. Das Evangelium ist geprägt durch Aufbruch aus dem Alten, Neuanfängen und neuer Verständigung. Es ist ein Prozess interkultureller Begegnung, Öffnung und Verständigung. Das erleben wir Tag für Tag in der Diakonie. Und deshalb, jeder und jeder soll den anderen mit der Begabung dienen, die ihnen Gott gegeben hat. Das��et wird fail even, wenn er nicht mehr Voriten am Astrid ist. und der Begabung, treepunkt der Begabung, mit der Begabung, für denАckte herumtreffende grenze. Untertitelung des ZDF, 2020